So, willkommen zurück zu Like and Wregg and ich bin euer Florbo und wir sind wieder live on Twitch und so. Oh, hier, nochmal Waffen. Warum hat der so viele Waffen hier? Au. Dachten sie sich entwickler aus, so, yo, einmal gemacht, äh, fünfmal gemacht, benutzt oder wie? Hm. Äh. Hallo. Ah, bringt gar nichts. Okay, jetzt sind wir hier einkaufen und, äh, mit ihren Werten steigt, toll. Hab ich mir natürlich gedacht, so, äh, wieso haben wir mit den Leuten Quatsch, glaub ich, ne? Ich erinnere das letzte Mal, wo ich mit den anderen beiden gequatscht gehabt. Dann reden wir mal. Umi ist immer für mich da, äh, vielleicht sollte ich ihm als kleines Dankeschön etwas schenken. Ein Geschenk überreden. Ich glaub nicht, dass der Blumen mag, oder? Äh, wir plaudern einfach mal, wie wär's damit? Hm? Was ist was? Wahrscheinlich, okay. Hier ist immer für mich da, äh, es ist doch nur was. Okay, ich brauche noch mehr von Martin. Ich kann dir unter den Umständen natürlich schlecht sagen. Du sollst Hawaii genießen, aber, äh, ich hoffe trotzdem, dass du es tust. Danke. Ein Geschenk übergeben. Was ist denn jetzt geiler? Ein schöner Blumenstrauß. Na komm, kriegst du ja, zack. Ich hab da, was ich schaffe, es gefällt dir. Was ist das? Ein Geschenk? Watt plus sieben hat das gemacht. Okay, danke. Also wenn wir unseren Leuten Blumenstrauß zu schenken, ist das cool. Okay. Ich hab bei dir was gebraucht, ich hab was gefällt dir. Oh, Viskus. Oh, das hab ich ihm was gegeben. Ups. Ich wollte es eigentlich ihm gegeben. Hoppala. Wir haben eigentlich noch Geld? Warum Geld? Ja komm, lass mal singen. Ach du meine Güte. Äh, okay. Drücken, schnell drücken. Okay, okay. Es geht einfach nur darum. Film? Okay, keine Ahnung. Wir machen einfach mal singen. Das klingt nicht mehr so wie früher. Oh mein Gott, wie die alte Zeit müssen wir es machen. Äh, leidenschaftlich? Was ist der Unterschied? Äh, machen wir leidenschaftliches. Ich war ein A. Hä? Oh, falsch. Oh, fuck. Und direkt zu. Ich kann gerade gar nichts so schnell drücken. Ich kann gerade gar nichts so schnell drücken. Ihr Moment. Ich kann gerade gar nichts sagen. Aber man macht das nicht. Oh, wir haben da gekt. Ah, fuck, ich bin noch verdrückt. Ach, ich hätte schnell, ach so, schnell drücken, oh, ich dachte, ich muss gedrückt halten. Ups. Ah. Guck, war ja nicht ganz gut. Was soll ich denn überhaupt machen? Gerade. Ruhe und, ah, wir sollen uns ausruhen. Ups. Na gut. Na gut. Egal, wie ich es einfach gemacht. War doch okay, oder? War nicht ganz schön, haben wir in Erinnerung dadurch beigeschaltet? Ich glaube nicht, ne? Äh, wo war schlafen? Hä? Wo war denn schlafen hier? Wo ist denn noch heilen? Und wo ist denn aus? Hier wahrscheinlich nicht. Hier haben wir was Neues? Hey. Was haben wir? Na, müssen wir nur dasselbe. Okay. Warte mal, ne, das ist ein Hotel. Warte mal, bin ich komplett falsch? Oh, okay. Dann gehen wir mal. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Lass dich nicht hier hin? Oh. Äh, hm. Okay. Da hat jemand 15 Freunden gewonnen. Oh, Uchiba, ne, du bist echt bei der Sache was. Wir sollten mal Rolf wieder quatschen, wenn du Zeit hast. Wie geht's, Curious-san? Hm. Hm, hm. Okay. Na, na, nicht. Okay, nochmal hier rein. Da wollte ich einfach nur hier rein. Hallo. Hi. Oh. Hey, Linkmaster, ja. Bekannt. Hey. Machst du schon bald mit deinem Freund? Mal. Warst du schon ein Freund? Anscheinend. Das ist einfach so passiert. Ist mir nicht mal aufgefallen. Oh, ein Freund zu finden, ohne das überhaupt mitzukriegen. Du bist eine Link-Legende. Du schätzt mal die Anzahl der Interaktionen mit deinem Bekannten, irgendwie, weiß die App. Wenn sich eure Bande vertieft, erklärt euch dann zuvor. Hey. Okay. Das ist ziemlich beeindruckende Technologie, zu wissen, wenn eine Bekanntschaft zu einer Freundschaft wurde. Das ist nicht immer so leicht, aber ich finde, es lohnt sich. Okay, cool. Und außerdem stärkt dein Aloha Link-Rank ja auch durch die Menge an Freunden, die du hast. Es zahlt sich also aus, möglichst viele Bekanntschaften zu schließen und sie dann zu Freundschaften und so weiter zu entwickeln. Yep. Aber an der Stelle würde ich nichts überstürzen. Die App funktioniert am besten, wenn du dich nicht verbiegst. Oh. Oh, hier. Willst du das haben? Ein Kunde hat es mir gegeben, aber ich kann nicht damit anfangen. Ein Kampfgürtel. Dankeschön. Bye-bye. Bye-bye. Ein Kampfgürtel. Wursten wir den denn? Wahrscheinlich hier, ne? Äh. Okay, komm. Hast du den Kampfgürtel? Wird die MP um 20 Stunden? Nee, wenn du das musst, dann kriegst du die. Äh? Was ist der denn jetzt? Hä? Ist das blind? Anbau. Hier. Dann mach mal so. Okay, so. Hey, hey. Komm doch mal wieder vorbei. Äh. Hast du mal Karuke singen? Fantastisch. Ja. Haben wir auch schon mal. So. Geld einzahlen. Jetzt haben wir da alles rein. Oh. Da ist doch wirklich alles hergezahlt. Na egal. So. Nochmal rein. Guck mal was wir jetzt geschenkt kriegen. Wie komm ich das so? Was ist denn? Hallo. Hey. Glückwunsch. Was ist denn jetzt zuhause? Ich wollte eigentlich mit dir reden. Ja, ich will mit dir reden. Hi. Oh, Ichiban. Schön dich zu sehen. Macht Ullo allerdings dir Spaß? Ja, ziemlich cool. Ich lerne die ganze Stadt kennen. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Sag ich doch. Schönes Gefühl, Leute im vorbeigehen zu grüßen, oder? Und außerdem... Oh, was kommt jetzt? Ist das zu glauben? Über die App kann man sich sogar mit Tieren anfreunden. Sorry. Sorry, ich hab mich ein bisschen mitreißen lassen. Halt ich, äh... Halt ich dich von etwas ab, oder so? Ne, oder? Ah. Ne, schon gut. Ich find's gut, wenn du mir so alles erklärst. Vielleicht... Oh, du sollst... Sollst du haben eins meiner Lieblingsgerichte. Aber es ist doch was übrig. Äh, hatte ich gerade was von Gerichten gesagt? Halt es mal mit furcht und flüstender Optik. Halt es mal mit furcht und flüstender Optik. Dann, ne. Ich wette, wir können sie mal anziehen, oder? Ach, das ist gar nichts hier. Hä? Hä? Was ist das denn dann? Was ist das denn dann? Was ist das denn dann? Hä? Ist das irgendeine Waffe? Das war eine Waffe, glaub ich, ne? Ha. Okay. Schau, du... Kann man jetzt noch eine Nachricht? Wie darf ich mich jetzt bewegen? Hey, ich darf mich schon mal bewegen. Ah, das ist ja so ein König. Stimmt. Das wurde uns ja erklärt. Was? Wir speichern mal. Äh, wir speichern, speichern, speichern von hier. So. Was ist denn hier? Sag mal. Alter, warum brauche ich überhaupt meinen Schlüssel? Ich habe gerade sechs Schlüssel. Ah. Machen wir mal. Skullbooster, okay. Und, guck mal noch mal. Was wir hier haben. So, Skill. Ähm. Was war zum Beispiel Schwische dann, ne? Entgegen. So. Ich wollte jetzt eigentlich in ihnen reinwerfen, aber gut. Ja. Ich würde ihn gerne in einen rein schlauben. Moment nicht. Zack. So. OK. Was. So. So. Ja. Ich werde ihn auch machen. So. 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 Wie verpasst. Er lag auf dem Boden. Warum wirst du denn erstmal... So. So, dann kommen wir hier noch alle at. Ah, gut. Aber ja. Komm her. Und... Wir kommen. Aber es geschafft. Sehr schön. Oh, komm, jetzt hab ich Geld für. Und... Oh, er hat sogar einen Schuh. So, haben wir den König weggemacht. Haben wir neue Wege bekommen. Wie ist das hier? Was war das denn da? Achso, da können wir die Segen dann tauschen. Stimmt ja. Schon wieder vergessen. Oh, cool. Ja, wir sind ja kurz laufen weiter durch die Stadt. Habe ich eigentlich gerade eine Waffe bekommen? Was, meine ich? Ah, hier, hier, Fäden. Oh. Oh, Arm gemacht sogar Wassereffekt. Okay. Cool. Hab ich doch richtig gesehen gehabt. Oh, jetzt wird es ja uns regnen. Wie. Ah, ich muss halt na eh mal sammeln, sammeln, sammeln. Ist eine Sucht bei mir. Da ist ein Diakola, die Spiele nicht gut sind für mich. Hehehe. Muss immer sammeln. Ah, hier waren die komischen. Die Blutiten, die sie komisch raus haben. Regenbogen, fragt man sich. Ach, da ist der Typ wieder mit seinem Cabrio. Im Regen. Stimmt, dann sind wir hier ja komisch gelaufen. Aber wir, äh, wie von allen Seiten irgendwie bedroht wurden. Da ist doch ein König, okay. Sprechern wir mal nochmal. Äh, war das hier? Ich glaub da, ne? Sprechern wir mal. So. Gucken wir mal zum nächsten König. Da sollte man mal in einer Granate oder so einsetzen, ne? Inselschläger, okay. Gucken wir mal Gegenstände. Äh, Heilung, Status, Frau. Vielleicht eine nur Chance, ein Kampf zu entkommen, ne? Ja, okay. Randgranaten sind schon da. Lass mich trinken verursachen. Okay, das ist einfach nur so was. Äh, bei denen so. Bom. Ja, schön, dass ich beide angetroffen hab. Bei der andere Wurzel, der besiegt weiß ich. So. Oh, da war eine Schwäsche dagegen. Oh, da war die Schwäsche dagegen. Damn. Jao. Ein einfacher Maschinengewehr. Weißt du. Ich weiß nicht, wie mein Schusswaffen ausweichen soll. Was? Weiß ich echt noch nicht. So. End der Wurzel. Ja. All right. Sehr schön. Jetzt machst du mal eine Schwäsche. Um. Okay, er muss nachladen. Er muss auch nachladen. Okay, das so nach der Flamme laufen. Scheinbar. Ja. Äh. Na komm, geh mal jetzt zu meinem Kollegen. Okay, dann halt nicht. Aua. Na ja. Wart mir den Vorken vor. Ich fach nicht weiter auf deiner Seite vermieden. Okay. So. Wir kriegen ein Eisenrohr. Und ein Safe-Schwissen. Okay. Cool. Das Eisenrohr ist vielleicht hier. Oh, schade. Es ist schlechter. Oh. Dann hier. Einwandts mal ein bisschen nach. Schade, ich hatte jetzt gedacht, dass hier vielleicht irgendwie safe ist oder so. Da hat irgendwas anderes, dass wir etwas aufmachen können hier. Aber scheinbar nicht. Schade. Okay. Okay. Wir haben aber hier noch keine Aloha-Leute getroffen so jetzt, ne. Und dann Zeit auf. Kann ich hier eigentlich rein? Nein. Schade. Gucken sich da um. Okay, wir haben hier aber. Keiner der Aloha. Aloha. Keiner Aloha-Leute. Ja. Voll schade, ey. Ich würde auch ein bisschen Aloha machen. So. Na gut. Und das auch nicht. Segen. Sehr schön. Ja, see what you got. Und. Oh. Super boy. Boom. Oh. 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 Sehr schön. Ja, jetzt gibt's auch ein... Bild. Sehr schön. Und. Oh. Hehehe. Sehr schön. Erledigt. Mal eben. Oh, guck mal, wie viel Geld wir verdienen, ne. Junge, 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 Junge. Wir wären ja hier nur reich. So. Wieder ein bisschen Story, ne. Hier. Ja, Ich habe eine gute Nachkustelle, die ich überveile, wenn du zusammenfassen hast. Oh, das ist echt so gut. Ich bin ein Mann, aber ich bin ein Mann. Ich habe es getrunken. Das ist der Mann. Was ist das? Ich bin ein Mann. Hey, ich bin ein Mann. Das war's für heute. Oh, ok. War gerade eine Pfeffer im Elfenfolgerung. Hm. Da hält uns ein bisschen was von Judgment, ne? Als wäre das Leben ohne eine gelegentliche Verfolgungsjagd. Welche Hindernissen aus? Ok, also können wir das alles schon von Judgment. Das ist wirklich schade, genau Judgment, ey. Aber H genau. Wir machen uns jetzt das Dreieck drücken, ja. Sagen wir schon. Ok, also wirklich die selben Müsse über Judgment. Ich lauf trotzdem gegen die. Was war denn das denn, ey? Jo, wie schnell er plötzlich ist. Ausweichen. Das gab es ja auch noch. Das gab es ja auch noch. Das gab es ja auch noch. Oh, scheiße. Oh, Luftshoft. Das gab es ja auch noch. Ja, hier ist ein Mann wie ich, wie ich nicht, will ich nicht. Ja. Hier gibt es auch noch Arbeit. Auf jeden Fall ist das, was ich gehört. Kasuga. Kannst du mit ihm sprechen? ich sage es nicht das moment na ja abgesehen davon dass dass er sogar vielleicht gesucht wird, aber auch keine. Ich glaube, dass die Schleifte von mir aus dem Schleiften, die hierher verschwunden sind. Das Ergebnis ist wie vorhin. Das ist das Schleifte? Das ist die Schleifte, die die Amerikaner der Schleifte? Ich weiß, dass es in der Welt ein paar vier Spiele gibt, aber es gibt viele Spiele in der Welt. Aber es gibt die Schleifte in der Mitte. Deswegen sind die Schleifte, die hierher fliegt, die hierher fliegt. Ich habe auch gesagt, dass ich jetzt fast schon wiederuésstelle. Uh... Ich kann mich auf ein Wegen-Bes lite, wenn ich hoffe. Aber ich weiß, dass ich mich noch auch aufhört. Ich kann mich nicht mehr so sagen, dass ich das nicht mehr so schlecht werde. Das ist es nur so... Das ist nur so, was ich heute zurückgekommen. Jetzt geht es einfach mal zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? 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 Was ist das?